Sie sind noch auf der Suche nach etwas ganz Besonderem, was ganz toll ist für den Partner, die Partnerin, für eine sehr, sehr gute Freundin, für ihre Familie. Budget bis 100 Euro habe ich mir gesetzt. Dann ist zum einen natürlich immer ganz wichtig, dass man etwas hat, das bis 100 Euro kostet, aber der Wert deutlich höher ist als 100 Euro. Da sind Sie schon mal super richtig, denn wir haben ja hier nur mit dem TV-Sonderpreis knallert reduziert. Normalerweise kosten die Artikel deutlich mehr und zum anderen müssen Sie jetzt keine Parkplätze suchen, keine Parkscheine ziehen, Sie müssen nicht durch überfüllte Innenstädte gehen, Sie müssen sich nicht an der Kasse anstellen. Ach, Entspannen Sie sich, legen Sie die Füße hoch, denn der Lutz hat für Sie Arbeit geleistet und hat für Sie Geschenke gehen bis 100 Euro mal rausgesucht. Na, ist für jeden das Richtige dabei, richtig? Ja, aber das möchte ich doch mal meinen. Denn zum Beispiel, nimm mal das erste Produkt. Diana bringt es ja schon herein, zumindest die Fernbedienung des ersten Produktes. Ich danke dir, Engelchen. Das ist jetzt hier vorne unsere Musikanlage. Schauen Sie sich das mal an. Das ist schon, finde ich persönlich, jetzt optisch, die muss noch nicht mal einen Ton von sich gegeben haben, oder? Und hat schon überzeugt. Dieses Design, also ich meine, die Lautsprecher, die kann ich natürlich auch separat positionieren. Ich habe es jetzt hier aber mal zusammengestellt, weil das ist ja das, wie man das normalerweise so klassisch bei einem dänischen Premium-Designer sieht, mit zwei Namen und einem und dazwischen. Du weißt, was ich meine. Da bezahlst du für sowas, bezahlst du da locker 2.000, 3.000 Euro. Ich meine, die haben natürlich, klar, aber trotzdem. Warum, wenn ich das Gleiche doch auch hier kriege? Schau es dir mal an. Es geht für unter 100 Euro. Guck dir das mal an, wie geil, wie genial das gemacht ist. Alleine mit diesem CD-Fach, hast du das gesehen? Wie das elegant nach oben fährt und dann wieder zurück. Das ist eine Anlage, die überzeugt, wie gesagt, noch bevor sie einen Ton überhaupt nur wiedergegeben hat. Was kann die? Also CDs haben wir schon gesehen. Dann, es ist natürlich auch ein Radio mit dabei und sowohl UKW als auch Mittelwelle. Dann können wir auch wiedergeben von Speicherkarte, von der SD-Karte. Da sehen wir gerade unten die Slots, rechts SD, links USB. Da können Sie alles reinpacken. Und ich habe noch die Möglichkeit, hinten über den AUX-IN, also über diesen Universal-Eingang, nochmal zusätzlich Geräte anzuschließen. Und jetzt machen wir mal ganz einfach das, was Sie wahrscheinlich am meisten nutzen werden, nämlich Bluetooth. Hier hinten von meinem Smartphone hier, da steuere ich das Ganze und Sie sehen kein Kabel. Einfach per Bluetooth und über die mitgelieferte Fernbedienung kann ich dann selbstverständlich jetzt hier auch noch mal ein bisschen lauter stellen, dass wir uns jetzt mal ein bisschen was hören, dass Sie mal nach Vorstellung davon bekommen, was für ein genialer Sound der rauskommt. Toller Klang, muss ich echt sagen. Aber sowas ist auch was Tolles, Sandra. Nicht nur für einen selbst, sondern auch super zu verschenken, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, so eine Hintergrundmusik, mal schön beim Brunch oder auch so mal die Musik aufzudrehen. Ich höre ja super gern Musik beim Putzen zum Beispiel oder beim Brunchen oder beim Kochen finde ich auch mal super. Musik kann man immer hören, auch in der Badewanne. Und das ist diese Mini-Stereoanlage, also Mikro-Stereoanlage sogar. Die ist so schön schmal. Die kriegen Sie auch in Ihr Badezimmer überall unter, in der Küche, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Flur. Die können Sie wirklich überall aufstellen. Die passt auch in jedes Jugendzimmer. Es ist immerhin unter 100 Euro. Ein wunderschönes Design auch. Dieser Glanz, das ist auch modern. Und der Klang. Mit diesen blauen LEDs und dieser Beleuchtung hier. Können Sie übrigens nicht nur hinstellen, wie wir das jetzt gemacht haben, sondern auch wenn Sie mögen, so machen das ja diese Dänen direkt an die Wand montieren. Da sieht es eigentlich noch edler aus. Oh, ja, das geht auch. Darf ich euch kurz beim Schwärmen unterbrechen? Denn wir hatten ja vorhin von Werten gesprochen. Nicht den Inneren, sondern denen, die man zahlt. Und deshalb, liebe Zuschauer, kurzer Verweis auf Pearl.de, damit Sie mal sehen, was die jetzt nämlich normalerweise kosten würde. Knapp 128 Euro, 127 Euro an dieser Stelle auf Pearl.de. Nur für Sie in dieser Sendung jetzt um knapp 28 Euro noch mal reduziert. Deshalb hier bitte zugreifen. Das ist ja das Schöne, ne? Ich finde auch immer, gerade wenn ich mir ein Budget setze und sage bis 100 Euro, warum kann ich denn da nichts haben, was normalerweise 150, 160 Euro kostet? Nehme ich die Angebote doch mit? Natürlich. Ab 150 Euro liefern wir Porto- und Versandkosten frei. Da Sie Ihren Warenkorbs sowieso immer vollräumen können, den ganzen Tag. Sie maximal einmal pro Tag Porto- und Versand zahlen. Kommen Sie da auf die 150 Euro mit den 5-Euro-Shows und Co., damit Sie dann Porto- und Versandkostenfreie Auslieferungen auch haben. Finde ich auch klasse. Also für 99,90 Euro müssen Sie da unbedingt zugreifen. Wenn Sie irgendjemanden in der Familie haben, der zur Weihnachtszeit eine Stereoanlage braucht, egal welches Alter, das ist das Top-Angebot. Ist viel wertvoller als 99,90 Euro. Da wird auch jeder, der dann irgendwo im Internet sucht, den höheren Preis finden. Schreiben Sie sich gleich die Bestellnummer auf oder geben Sie es gleich im Internet ein. Das ist die PX 1430 5,6 und die 9. Für nur 99,90 Euro kann diese wunderschöne Hi-Fi-Stereoanlage, Mikro-Stereoanlage bei Ihnen auf dem Gabentisch stehen. Sie können vom Handy verschiedene Sachen abspielen. Sie können Radio hören. Da ist CD. Es ist alles da, was das Herz begehrt und was Sie brauchen. Und es ist eins der tollsten Weihnachtsgeschenke. Mensch, wir wären, wenn uns unsere Eltern das zu Weihnachten geschenkt hätten als Jugendliche. Ja, du bist ja noch Jugendlich. Ja, aber weißt du, was ich letztes Jahr zu Weihnachten von meiner Mutter bekommen habe? Ne, ne? Spatische Zahnbürste. Traurig. Ich weiß, dass meine Mama... Die wüsste vielleicht schon. Ja, das kann sein. Aber ich glaube, meine Mama, die hat einfach durch die ganze Arbeit vergessen, dass Weihnachten ist. Dann ist sie einfach schnell in den Burgeriemarkt gegangen und geguckt, was ist hier einigermaßen in der Preiskategorie, dass man das verschenken kann. Komm, nimmst du die Zahnbürste. Meine Mutter ist so praktisch veranlagt. So, wir machen weiter mit cooleren Geschenken. Jetzt kommt ganz dicke. Darf ich dir das mal kurz vorgeben? Ja, gib mir das. Da habe ich früher mitgearbeitet. Ja, du kennst das? Ja, ich habe früher mit Korreldra gearbeitet. Jetzt kommt der Hammer. Heute ist das Programm ja genial. Früher war es ja so, mit jeder Bearbeitung hat man Qualität verloren. Und das ist heute ganz anders. Heute können Sie die ganze Qualität Ihres Bildes behalten. Wenn Sie es jetzt für Facebook oder auch Instagram bearbeiten... Was ist das denn überhaupt? Du kennst Korreldra nicht. Ein Bildbearbeitungsprogramm. Genau, hier. Aber das ist jetzt nicht nur Korreldra, das ist jetzt die Korrel Suite. Das heißt, das ist ein Programmpaket mit diversen Programmen, das Sie jetzt hier bekommen. Und zwar nicht nur die Software, sondern zusätzlich auch dieses Grafiktablett hier, das wir da gerade sehen. Und das kommt jetzt vom Marktführer, vom Erfinder dieser Grafiktablets von Vacom. So, One nennt sich das Ganze. Und eigentlich ist diese Call Draw Suite hier normalerweise schon mit... Ja, hat eine UVP von 99 Euro. Wir reden hier über 94, 91, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, eigentlich bekommen Sie die Software hier zum Spitzenpreis plus kostenlos dieses Grafiktablet noch dazu. So, was macht das Ganze? Ich zeige es Ihnen kurz mal hier auf unserem Notebook-Bildschirm. Wenn ich einmal die Kamera hier rüber bitten dürfte, schauen Sie sich das mal an, dass ich jetzt hier einfach, indem ich mit dem Stift die Maus bewege, schauen Sie sich das mal an, kann ich hier auf meinem Notebook zeichnen, als wäre es ein Blatt Papier oder eben halt natürlich auch doppelt tippen. Oder zum Beispiel eben halt hier jetzt auch diese, wenn ich sage, ah, ich möchte das hier mal ein bisschen verschieben, ganz genau arbeiten, als wäre es ein Bleistift. Das ist das Geniale an diesen Grafiktablets. Zum Beispiel hier bei uns im Hause, unsere Grafikdesigner, die arbeiten alle mit solchen Grafiktablets. Das ist ein professionelles Werkzeug, das Sie jetzt sich nach Hause holen können und auch auf Ihrem Notebook oder Computer nutzen können. Das ist das Geniale. Die Software und das Tablet, die harmonieren. Wie Sie hier sehen, das ist Plug-and-Play. Einfach anschließen, muss man keine Treiber machen oder sonst. Ich habe das installiert. Hier kommt das auf Ihrer DVD. Draufpacken die Software. Einstecken hier über USB. So, und dann kann ich eben halt hier auch zum Beispiel loslegen. Und jetzt natürlich, wenn ich jetzt mal rübergehe, kann ich jetzt hier über meine Werkzeuge dann auch sagen, ich möchte jetzt hier mal ein Herz. Ein Herz. Ach so, was malen. Malen kann ich natürlich auch. Moment. Da muss ich da aber hier einmal rüber erst mal gehen, weil ich habe ja jetzt, wie du siehst, hier unser Arbeitswerkzeug. Und dann kann ich zum Beispiel hier sagen, ich gehe mal hier in mein Menü rein mit den verschiedenen Formen. So, und dann kann ich jetzt zum Beispiel hier so erstmal einen Kreis zeichnen. Den kann ich dann anschließend zum Beispiel auch befüllen. Oder, was ich auch machen kann, ich kann dann anschließend hier reingehen und sagen, da müsste ich jetzt meine Texte. Also hier sind wir jetzt zum Beispiel in einem Briefkopf, den ich entwerfen würde jetzt hier. Und da irgendwelche Texte reinpacke. Sie wissen, was ich meine. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt wirklich nutzen, um eine dieser Vorgaben, die ich habe, und da reden wir hier jetzt über insgesamt 1300 Cliparts, die schon mit in dieser Software mit drin sind. 125 Schriftarten, Bilderrahmen, Füllungen. All das kann ich jetzt hier nehmen und zum Beispiel eben halt anpassen und individualisieren. Wem schenke ich das? Jedem, der sich gerne für Grafik interessiert, für Computer, jedem Nerd wie mir, der sagt, oh, ich hätte schon immer gerne meinen eigenen Briefkopf. Oder ich mache gerne Bildbearbeitung, aber ich kriege das mit der Maus nicht so gut hin. Oder Video, oder, oder, oder. Also eigentlich kann es jeder gebrauchen, der mit dem Computer arbeitet. Also für 94,91 Euro dieses Paket Coral Draw, das ist auch für junge Leute geeignet, die ihre Fotos für Instagram und Facebook bearbeiten wollen. Unter der Nummer PK 5256 und die 9 bekommen Sie dieses tolle Set nach Hause mit dem Grafiktablet. Da dürfen Sie jetzt natürlich nichts verpassen. Und unser Engelchen kommt schon wieder. Da bin ich mal natürlich. Danke dir. Ich weiß, was drin ist. Die Seniorenuhren bekomme irgendwie immer ich. Mach mir jetzt Gedanken. Und da ist mir 29. Vielleicht will die Redaktion dir dann einen Zaunfall geben, aber eigentlich müsste ich die ja hier bekommen. Ich weiß, warum. Ich weiß, warum. Die Sandra hat immer so Probleme, damit die Preise abzulesen. Vielleicht dachten sie sich, vielleicht kann sie auch die Uhrzeit nicht lesen. Ja, okay. Also dann gebe ich dir mal das erste Modell, das silberne. Und dir gebe ich das zweite. Da kommen wir gleich das Goldene. Aber zunächst zum silbernen. Beide haben identische Funktionalität und die wird sie umhauen. Zum einen Basisprogramm. Wir haben hier eine Funk-Funktionalität. Das heißt, die Zeit, die synchronisiert sich immer vollautomatisch mit der Atomuhr. Das heißt, Sie haben immer auf die Sekunde genau, immer die richtige Zeit. Und brauchen sich da auch nie wieder Gedanken zu machen mit Umstellung, Sommerzeit, Winterzeit, vor, zurück. Egal, es ist immer die richtige Zeit. Dann ist Solarbetrieb auch gleich noch mit dabei. Das heißt, Sie brauchen auch nie wieder Batterien zu wechseln. Ihre Uhr tankt die Energie automatisch aus der Kraft der Sonne und da muss noch nicht mal die Sonne direkt scheinen. Das reicht auch, wenn da bewölkter Himmel ist. Das heißt, Batteriewechsel können Sie ebenfalls vergessen. Und jetzt kommt der Clou, wenn du es mal kurz demonstrieren magst und auf eine der Tasten drückst. Das ist nämlich der Hammer. Das ist nämlich der Hammer, dass Sie jetzt jederzeit sich die Uhrzeit und auch das Datum ansagen lassen können. Das heißt, also klassischer Fall, meine Mutter, die sieht nicht mehr so gut. Ist mittlerweile auch über 85. Klar, logisch. So, und was macht die? Die drückt auf die Taste und weiß ganz genau, wie spät es ist. Die hat sich früher immer Sorgen gemacht. Oh, ist es schon fünf? Müssen wir schon los? Die war immer wahnsinnig im Stress, weil sie nicht wusste, wie spät es ist, weil sie die Zeit nicht ablesen konnte. Das ist so eine Wahnsinnshilfe für all jene, die sagen, ah, mit der Brille, Arm wird langsam zu kurz. Es ist einfach super. Genial. Ja, und trotz allem am Arm ist es noch elegant. Es hat noch genau die Größe, sodass man sagt, ja, das sieht noch weiblich aus. Das sieht ja aber auch männlich aus. Passt genau für beide. Und das Ziffernblatt ist sehr schön groß. Also wenn Sie es schaffen, hier noch schön drauf zu schauen, ist das auch was für die Augen. Wunderschön. Und ansonsten können Sie sich vorsagen lassen. Einfach auf einen Knopf drücken. Und dann bekommen Sie von einer sehr, sehr eleganten Herrenstimme die Uhrzeit gesagt. Ich finde das einfach toll. Es gibt so viele Menschen und gerade natürlich auch die goldene Generation. Die ist einfach sehr auf Pünktlichkeit bedacht. Das ist ja gerade bei uns Deutschen einfach in den Genen. Und da müssen einfach die Nachrichten um 18 Uhr geschaut werden. Oder da geht man jeden Tag um 11 Uhr in das Lieblingscafé. Und wenn man dann nicht mehr die Selbstständigkeit besitzt, selbst auf die Uhr zu schauen und dann gerade auch unterwegs nervös wirkt, weil man einfach nicht mal weiß, wie viel Uhr haben wir denn? Ich wollte doch die Nachrichten um 18 Uhr sehen. Ist das einfach so, so große Lebensqualität, die Sie hier verschenken. Sowohl in Silber als auch gleich eingeblendet in der goldenen Variante. Denn wenn ich mir vorstelle, gerade wenn man natürlich nicht mehr gut sieht, jetzt immer unterwegs Uhrzeit ansagen lassen, dann hat man auch da das Zeitmanagement, auch wenn man vielleicht sonst nicht so die Möglichkeit hat. Wenn ich jetzt nicht mehr so gut mit den Augen bin, kann ich natürlich hier keine Dornenschließe schließen. Deshalb hier das schöne Armand, das wir haben, das einfach per Stretch an- und ausgezogen wird. Da im Funk und Solar nie wieder nachstellen, gerade wenn man eine Sehschwäche hat, kann man natürlich auch nicht sehen, ist die Uhr jetzt stehen geblieben, muss ich die umstellen. Das wird Ihnen hier alles von der neuwertigen Technik direkt übernommen, sodass Sie eine Uhr haben, die einfach zum rundum-sorglos-Pünktlichkeitspaket gehört. Jetzt nur die Frage, darf es Silber oder vergoldet sein oder vielleicht gleich beide? Was sagt ihr? Natürlich Silber für den Herrn und Gold für die Dame ist der Klassiker, oder? Nein, ich finde beide gut, je nachdem, was du anhast. Ich meine, für 56 Euro und ein bisschen dann die versilberte Uhr ist ein Schnäppchen. Das war die Nummer NC 73 84. Wenn Sie sich für die goldene Variante entscheiden, dann nehmen Sie die NC 73 83, 5, 6 und die 9 am Ende nicht vergessen, weil 5, 6 und die 9 ist immer dafür, dass Sie den tollen TV-Preis auch bekommen. Bei der vergoldeten Uhr sind das 66,41 Euro. Der TV-Preis gilt immer noch zwei Stunden nach der Sendung. Das sehen Sie dann, wenn Sie neben dem, neben unserem Fernsehen, auf Pearl TV, auf der rechten Seite, alles, was Sie da an Produkten sehen, das sind die, die Sie noch zum TV-Preis bekommen. Kurze Anmerkung noch, falls Sie sich da Gedanken machen, dass die Sonne mal nicht scheint oder es arg dunkel werden sollte oder Sie weit im Norden sind, wo es eine lange Nacht gibt, auch kein Problem. Wir haben hier eine Gangreserve von bis zu 180 Tagen. Also sechs Monate Gangreserve bedeutet, selbst wenn jetzt ein halbes Jahr Ihre Uhr überhaupt keine Sonne mehr sieht, geht sie trotzdem ganz genau richtig. So, und dann geht es dann auch schon weiter. Und wir bleiben mal am Handgelenk, werden jetzt aber ein bisschen sportlicher, sage ich mal. Das war klar. Sportlich und Vivian kriegt das Senior und ich kriege. Ja, ihr könnt ja auch tauschen von mir aus. Aber so, die Seniorenuhren sind super schön. Und ich finde auch das Fitnessarmband sehr, sehr schön. Ich finde es auch schön. Das ist nämlich jetzt, wenn Sie Fitnessarmband hören und schon fast zur Fernbedienung greifen wollten nach dem Motto, nichts für mich, bitte, bitte, bitte warten Sie. Weil wenn Sie eher so sein sollten wie ich nach dem Motto auch Bewegung, ich habe mich doch gerade erst gestern von links nach rechts bewegt, muss ja nicht sein. Gerade für uns ist sowas ideal, weil man einfach hierüber so ein bisschen mehr Bewegung und damit mehr Gesundheit in den Alltag integrieren kann. So, unsere Vivian hat sich das Ganze mal angezogen, geht jetzt hier mal ein paar Runden sportlich um unsere Großbühne spazieren, weil Schritte werden gezählt. Damit werden natürlich Kalorien verbrannt. Ganz wichtig. Und wir haben auf der Rückseite haben wir auch noch einen sogenannten PPG-Sensor, einen optischen Sensor und zwar einen ganz, ganz präzisen. Das heißt, während Sie sporteln zum Beispiel, können Sie dann auch Ihren Puls überwachen und sogar sich den Blutdruck anzeigen lassen. Einerseits hier vorne auf unserer schönen Uhr, die hat ja ein schönes OLED-Display, oder auch hier auf unserer App. Das heißt, das Ganze koppeln Sie einmalig, während Sie tanzen, per Bluetooth mit Ihrem Smartphone. Sandra? Und da gibt es eine entsprechende Ecke. Sandra? Also, die einmal runterladen, das ist kostenlos für Android und für iOS, also iPhone und Co. Und das Ganze wird dann hier auf Ihrem Smartphone angezeigt. Und da können Sie jetzt zum Beispiel sich auch mal anschauen, die Werte über den Tag verteilt, über die Woche, über den Monat. Und mein kleiner Tipp an dieser Gelegenheit, bitte bestellen Sie gleich zwei, nämlich eine für sich und für Ihren Partner. Weil Vivian und ich, ja, ja, vielen Dank, ist okay. Und denken Sie dran, am Weihnachtsabend derjenige, der dieses tolle Fitnessarmband bekommt, der wird mit Garantie sofort wie unsere Vivian anfangen und seine Kreise drehen, seine Runden um das Wohnzimmerrennen. Also für nur 66,41 Euro haben wir erst mal unsere Vivian in Gang gebracht. So, okay. Kannst du mal jetzt eine Pulsmessung machen? Da gucken wir mal. Aber was ich kurz noch loswerden wollte, ist, vielleicht am besten zwei bestellen, weil Vivian und ich haben das mal ausprobiert. Ganz einfach deswegen, weil wenn man diesen Vergleichswert hat und dann sieht, also ich hatte jetzt am Tag 2000 Schritte, Vivian hat dreieinhalbtausend. Eher 8000 bei ihr, aber nein, dass man einfach mal sieht, oh, das ist wohl doch ein bisschen wenig. Und wenn Sie dann auch noch sagen, derjenige, der am Abend die meisten Schritte hat, bekommt dann zum Beispiel was spendiert oder eine Fußreflexzonenmassage oder irgendwie sowas, überlegen Sie sich was Schönes von anderen. Oder der andere macht den Abwasch. Oder so, dann wird ganz einfach die Motivation plötzlich wie explodiert. Weil man sagt, heute schaffe ich das, heute packe ich das, dann geht man noch mal die Runde extra um den Block. Und dann macht man aus 2000 Schritten erst mal 3000, dann 4000. Inzwischen bin ich bei fast 10.000 Schritten hier angelangt. Ja? Und so kann man, ja, das schaffe ich hier. Wir haben ja auch ein großes Gelände hier. Das sagt man ja auch so. Tagsüber habe ich schon 8000 schon mal locker hier. Und das Fitnessarmband ist super stylisch. Das misst nicht nur Blutdruck, Herzfrequenz und EKG, sondern es sieht auch einfach toll aus. Für nur 66,41 Euro. Das ist die Bestellnummer NX 43 93 5 6 und die 9. Melden Sie sich da gleich, rufen Sie sofort an oder bestellen Sie es sofort per E-Mail zum TV-Sonderpreis. Weil wer weiß, wie lange die noch da sind. Die gehen nämlich gerade wie verrückt raus. Was ich übrigens auch noch anmerken möchte, dass natürlich sein Fitnessarmband ganz hervorragend ist, um sich einen Richtwert anzeigen zu lassen. Den man natürlich im Fall der Fälle auch gerne mal zum Beispiel dem Hausarzt vorzeigen kann. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, im Winter bin ich immer so müde oder schlapp oder ich habe ab und zu mal das Gefühl, irgendwie der Kreislauf ist nicht so ganz da. Dann sehen Sie das Fitnessarmband bitte nicht nur als Fitnessmotivation, sondern auch als Indikator, der Ihnen einen Richtwert anzeigen kann, wenn Sie wünschen. Den Sie dann einfach mal Ihrem Arzt zeigen und sagen, Mensch, an den Tagen fühle ich mich etwas besser, an den etwas schlechter. Vielleicht kann er da Ihnen auch weiterhelfen. Also gehen Sie in die Leitung, rufen Sie an, sichern Sie sich Geschenkideen bis 100 Euro. In diesem Sinne mache ich jetzt hier noch meine letzte Runde, liebe Zuschauer, und laufe gleich im Finish. Elegant wie eine Gazelle. Also rufen Sie an, bevor ich jetzt schon im Callcenter angekommen bin und Ihnen die TV-Sonderpreise wegschnappe. Das ist ja fast wie im Laden hier. Deshalb schnell sein, Sie sind hier bequem auf der Couch. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß.